einen wunderschönen guten morgen und herzlich willkommen zu unserer social media vorlesung ich musste heute ein wenig umdisponieren temperaturen sinken die grippe erkrankungen nehmen wieder zu unser geplanter gastvortragender musste den vortrag verschieben auf den 7 dezember ich habe im moodle alles entsprechend abgedatet und heute bietet es sich dann natürlich an dass wir uns einem thema widmen das ich von beginn der vorlesung an von anfang an immer mit reingenommen habe als ich begonnen habe die social media vorlesung zu halten war das thema relativ neu mittlerweile ist es etabliert und alle haben sich an die dsgvo datenschutz grundverordnung im englischen gdp a general data protection regulation gewöhnt sie im arbeitsalltag mehr oder weniger implementiert und ich denke was seit der einführung passiert ist abgesehen davon dass wir mittlerweile alle die cookie bars kennen das war so eine kleine seiten geschichte die eines der ziele die sensibilisierung im umgang mit daten speziell mit persönlichen daten die wurde sicherlich bis zu einem gewissen grad erreicht auf der anderen seite hat die datenschutz grundverordnung als querschnittsmaterie die ja grundsätzlich jeden geschäftlichen umgang mit daten regelt und betrifft auch vieles erschwert und ich sage mal so die die ursprüngliche stoßrichtung oder die idee der dsgvo die bestand und besteht vor allem darin die großen anbieter also in dem fall unter anderem social networks aber auch suchmaschinenbetreiber und so weiter stärker in die pflicht zu nehmen in den vergangenen jahren fiel ja ganz besonders meta hieß damals noch facebook in mehreren fällen auf einerseits durch technische probleme bei denen teilweise auf daten von nutzerinnen zugegriffen werden konnte andererseits auch schlicht durch fahrlässigen umgang mit diesen daten da gab es einige ganz unterschiedliche fälle zum einen betreibt facebook eine recht umfangreiche forschungsabteilung sie wissen ja diese social media plattformen haben in erster linie das interesse uns die userinnen möglichst lange auf der plattform zu halten und um das zu erreichen muss natürlich der feed optimiert werden beziehungsweise müssen die inhalte so personalisiert werden dass wir eben möglichst viele beiträge konsumieren simpel gesagt jetzt liegt es natürlich im interesse der plattformen rauszufinden welche arten von inhalten funktionieren besser und facebook hat da vor einigen jahren etwas gemacht das auch im wissenschaftlichen kontext hochgradig interessant ist weil es ist wirklich um das typische beispiel einer unethischen studie oder eines unethischen studien designs handelt und zwar die haben eine kontrollgruppe hergenommen eben das ist der punkt dabei ohne irgendjemanden zu informieren und haben dieser kontrollgruppe vorwiegend negativ konnotierte inhalte im feed präsentiert eine zeit lang also eher traurige ja traurige inhalte emotional negativ gesetzte inhalte um rauszufinden und eben zu messen ob das zu einer längeren oder kürzeren aufenthaltsdauer führt nun sie können sich schon vorstellen wo das ethische problem liegt da geht es ja nicht nur um die nicht informierung sondern eine solche längerfristige konfrontation mit negativen inhalten kann sich ja tatsächlich äußerst unvorteilhaft auf die psychische verfassung auswirken das ist nur ein kleines detail im großen im big picture geht es vor allem darum wie diese plattformen die daten einsetzen die sie über uns erheben zum einen und zum zweiten wie und unter welchen umständen diese daten weitergegeben werden dürfen das ist eine sehr komplexe materie weil auf der einen seite leben wir selbstverständlich in einem digitalen zeitalter in dem daten austausch dieser daten eine ganz ganz wesentliche grundlage sind auf der anderen seite und das war eben die idee der europäischen union sollte die dsgvo jetzt zwar nicht im engeren rechtlichen sinn aber von der wertigkeit her den schutz der personen der personen bezogenen daten auf die ebene eines menschenrechts heben das heißt es handelt sich um ein sehr striktes gesetzeswerk ich komme da gleich noch mal darauf zurück dass aber eben keine lex facebook darstellt sondern dass jeden betrifft der im geschäftlichen umgang mit daten zu tun hat und da gibt es denke ich niemanden auf den das nicht betrifft die dsgvo geht bezieht sich grundsätzlich nicht auf digitale datenspeicherung wobei das natürlich einer der größten anwendungsbereiche ist aber wenn sie jetzt die kleine tischlerei im waldviertel hernehmen die ihre buchhaltung und ihre kundenkommunikation vielleicht mit einer papierbasierten ablage erledigt dann gelten diese regeln ganz genauso das hat den korrekten umgang mit kundendaten gerade für kleine unternehmen sehr erschwert die großen plattformen aber kaum davon abgehalten ihre nutzerdaten entsprechend zu monetarisieren ein besonders schwerwiegendes problem dabei in der umsetzung stellt da dass die großen anbieter natürlich durchwegs aus den usa kommen und der geltungsbereich der dsgvo wenig überraschend natürlich grundsätzlich mal die europäische union ist die eu kann ja in ihren gesetzesvorgaben nicht für gebiete oder länder außerhalb der eu ausweiten was aber schon möglich ist ist das sogenannte marktort prinzip das bedeutet jede und jeder der seine services dienstleistungen produkte innerhalb der eu anbietet auch wenn das jeweilige unternehmen im firmensitz gar nicht auf eu gebiet hat ist den spielregeln der dsgvo unterworfen beziehungsweise muss sich an diese halten das heißt meta linkedin microsoft und so weiter diese ganzen unternehmen könnten natürlich die dsgvo ignorieren dürften dann aber ihre services nicht in der europäischen union anbieten dasselbe prinzip gilt ganz genauso wenn sie jetzt beispielsweise in thailand sitzen und dort apartments vermieten diese apartments auch innerhalb der europäischen union anbieten zum beispiel über einen online shop dann gelten diese bestimmungen ganz genauso die idee ist es eben daten besser zu schützen und vor allem missbrauch zu verhindern wie und in welcher form das passiert da werde ich gleich darauf zurückkommen weil wir in der vorlesung aber nur 90 minuten zeit haben kann ich ihnen nur wenige beispiele bringen und deshalb eine ganz ganz dringende empfehlung dieses buch networks of control wurde verfasst von wolfie christel und sarah speakerman wolfie christel ist ein einer der der glaube ich kompetentesten österreichischen datenschutzexperten sie kennen vermutlich max schrems auch sehr aktiv in diesem bereich der hat ja erfolgreich facebook beziehungsweise meta verklagt genau wegen dieses umgangs mit daten und in diesem buch das erfreuliche ist es gibt es als printbuch aber sie können die vollständige ausgabe hier auf dieser webseite die werde ich ihnen anschließend auch im moodle verlinken als pdf herunterladen es ist ein sehr umfangreiches buch und es ist kein theoriewerk sondern es dokumentiert fälle beziehungsweise problematische anwendungen von daten daten missbrauch wiedergabe missbräuchliche nutzung von daten und so weiter weil sie sich jetzt fragen was heißt das in der praxis was soll überhaupt diese missbräuchliche verwendung von daten sein ein ganz simples in dem fall hypothetisches beispiel sagen wir mal sie haben eine kundenkarte bei einer supermarktkette und diese supermarktkette speichert ihr einkaufsverhalten sie feiern am wochenende regelmäßig parties bei sich zu hause laden alle ihre freunde ein und ja kaufen regelmäßig größere mengen an alkoholischen getränken ein vollkommen harmlos vollkommen legal in österreich aber stellen sie sich mal vor sie wollen irgendwann eine private zusatz krankenversicherung abschließen und dieses versicherungsunternehmen hätte zugriff auf ihr konsumverhalten können sie sich vielleicht vorstellen dass hoher alkoholkonsum beziehungsweise einkauf in diesem fall sich möglicherweise auf die versicherungsbeträge auswirken wird das ist ein relativ drastisches beispiel es in der in der praxis gibt es aber sehr viele fälle in denen daten manchmal personenbezogene manchmal nicht personenbezogene verwendet werden zum beispiel einige von ihnen wissen das vielleicht wenn sie flüge buchen wenn sie nach flügen suchen oder auch nach hotels und sie benutzen ein macbook oder generell apple hardware dann werden ihnen auf den meisten plattformen deutlich höhere preise angezeigt apple user ein kaufkräftigeres publikum sind und probieren sie das ruhig mal aus auf zwei rechner schauen sie sich parallel denselben flug an da spielen überall daten rein und diese daten wirken sich auf ja auf angeboten auf ganz konkrete themen unseres lebens aus in diesem buch in dem networks of control sind eine menge solcher szenarien erklärt ich habe wolfe christel kennen gelernt wir haben auch mit bei der net idee das ist eine österreichische förderung für für online digital projekte nicht kommerzielle open source projekte die die nutzung des internet in österreich fördern da bin ich in der jury hat wolfie christel auch einige projekte eingereicht und unter anderem ein computerspiel namens data dealer produziert das sozusagen im spielerischen ansatz zeigt wie dieser datenaustausch funktioniert und hier beschreibt er vielfältige szenarien von ultraschall audio biebs die in fernsehvideos eingesetzt werden um übers handy wiederum ein retargeting zu ermöglichen beziehungsweise festzustellen ob jemand eine bestimmte werbung gesehen hat da passieren ganz ganz schräge dinge wenn sie mal tiefer in diese welt der daten missbrauchs ich glaube das kann man ohne übertreibung so sagen eintauchen möchten laden sie sich dieses buch herunter es ist gruseliger als die meisten horrorfilme denen man sonst so begegnet schwere lese empfehlung auf jeden fall bevor wir uns in die details der dsgvo bzw gdpa stürzen wie gesagt ich behandle dieses thema nun schon seit mehreren jahren trotzdem feiern wir in diesem semester eine premiere die ganz besonders zentral unseren bereich betrifft gesetzwerke sind ja selten abgeschlossen speziell wenn es um technologische bereiche geht die sich so schnell weiterentwickeln wie soziale medien oder dass das internet insgesamt und für die europäische union war das thema umgang mit daten mit der verabschiedung der dsgvo nicht abgeschlossen es gibt eine reihe von kann es nicht wirklich als folge gesetze bezeichnen aber seit diesem jahr ist ein regelwerk in kraft das in dem fall jetzt wirklich ganz konkret auf die großen anbieter auf die social media networks abzielt und zwar der sogenannte dsa oder digital services act das ist in keine erweiterung der dsgvo sondern da geht es darum der dsa zielt vor allem auf die transparenz ab welche art von transparenz naja da geht es zum einen um die moderations bestrebungen der einzelnen plattformen und sie haben vielleicht mitbekommen wir haben sie in der vorlesung auch schon erwähnt dass twitter beziehungsweise ex neuerdings ich sage mal so seit der übernahme durch ilo musk oder seit dem kauf um schlappe 44 milliarden dollar ein wenig oder sogar ganz ordentlich in schlingern geraten ist das zeigt sich auch an den wirtschaftlichen daten die aktuelle einschätzung aktuelle einschätzung dass des firmenwertes von twitter liegt bei wenn ich es richtig im kopf ab 20 oder 21 milliarden dollar oder waren es 19 um den um den dreh 20 milliarden dollar sowas rum das heißt innerhalb eines jahres etwas mehr als die hälfte des firmenwerts vernichtet wobei man natürlich sagen muss das sind ohnehin relativ virtuelle konstruktionen aber einer der gründe besteht darin dass ilo musk relativ kurz nach der übernahme einen großen teil der belegschaft von twitter gefeuert hat das waren zum teil programmierer entwickler aber der größte teil war in teams engagiert die sich in unterschiedlicher art und weise um die moderation kümmern twitter verwendet ja eine mischung aus automatisierten tools wir im trivialsten fall auf bestimmte stichwörter reagieren aber auch automatisierte heuristische methoden sowie relativ umfangreiche menschliche moderationsteams und wie gesagt die gibt es nicht mehr in dem umfang und dementsprechend ist die qualität der inhalte die man auf twitter findet auch nicht unbedingt besser geworden dieses ganz konkrete problem führt nun auch immer mehr dazu dass die europäische union twitter beziehungsweise auch andere plattformen die das missachten mehr in die pflicht nehmen will wenn oder beziehungsweise der europäische gesetzgeber sagt die plattformen müssen in der lage sein beziehungsweise müssen sich in die lage versetzen entsprechend rechtswidrige inhalte da gibt es natürlich eine ganz breite palette von pornografischen kinder pornografischen verhetzenden sonstigen rechtswidrigen extremistischen beiträgen richtung wiederbetätigung all das die müssen auf meldung eben zeitnah entfernt werden das war auch schon bisher so aber dieser dsa verpflichtet nun die großen plattformen sehr benibel und sehr detailliert dazu jeden einzelnen akt oder moderations aktor jede einzelne entfernung von inhalten zu dokumentieren und ab einer bestimmten größe entweder quartals mäßige oder jährliche berichte zu veröffentlichen diese berichte müssen bestimmte daten enthalten unter anderem die zahl der aktiven nutzerinnen das ist gerade für uns marketer hochgradig spannend weil natürlich die plattformen immer die zahl der accounts angeben das heißt wenn sie irgendwelche mitglieder zahlen von twitter linkedin oder anderen plattformen lesen das sind dass die aktiven accounts die zumindest nicht offiziell als als bots identifiziert wurden und da sind natürlich immer eine menge inaktiver accounts dabei eine dieser veröffentlichungspflichten umfasst die aktiven nutzer die sich in diesem zeitraum tatsächlich eingelogt haben die plattformen müssen offenlegen wie viele moderator innen sie in den einzelnen ländern in den einzelnen sprachen beschäftigen und auch erklären wie ihre content moderation policy funktioniert das ist jetzt tatsächlich ein gesetzeswerk ist verpflichtend wenn die plattformen diesen aufforderungen nicht nachkommen dann dürfen sie ihrer geschäftstätigkeit innerhalb der eu nicht mehr weiter nachgehen das bedeutet sie dürfen ihre services dann nicht anbieten das ist übrigens einer der gründe warum threads metas twitter konkurrent nach wie vor in europa nicht verfügbar ist und die großen plattformen sind jetzt dieser verpflichtung erstmalig nachgekommen weil im oktober 2023 der stichtag war für die veröffentlichung dieser ersten berichte das sind für social media interessierte für market aber auch für kommunikationswissenschaftlerinnen einige äußerst spannende daten drin und wir werden uns einige dieser berichte heute auch ansehen aber alles der reihe nach beziehungsweise der chronologischen reihenfolge nach zuerst kam ja die dsgvo und dann der dsa act der digital services act es gibt natürlich mittlerweile viele rechtsanwälte die sich auf datenschutz fragen spezialisiert haben einer der bekanntesten ist christian soll mecke von einer deutschen rechtsanwaltskanzlei der hat einen sehr populären youtube channel in dem er immer wieder auch auf digitale rechtsfragen eingeht nicht nur datenschutz sondern es gibt ja auch andere themen bildrechte urheberrecht und so weiter das ist ein video das ja relativ kurz nach inkrafttreten der dsgvo veröffentlicht hat und es zeigt sozusagen auf satirische und übertriebene weise in welche richtung diese regulierungen gehen schauen wir uns das kurz an und dann gehen wir die grundsätze der dsgvo durch übergebe oder ich einfach nur anrufe künftig muss ich euch immer noch eine datenschutzerklärung mit geben das ist der absolute wahnsinn glaubt ihr aber es ist die wahrheit zumindest wenn es nach den willen der datenschutzgrundverordnung geht was da genau los ist möchte ich euch anhand einer kleinen spielszene genauer erläutern hallo ich bin christian soll mir rechtsanwalt und partner der kölner medienrechtskanzlei wilde beuger und solmecke und neben mir steht meine reizende kollegin scarlett scarlett hat sich bereit erklärt mal mit mir in einem kleinen rollenspiel darzulegen was die datenschutzgrundverordnung auch bedeuten kann und ja nett dass du das für uns machst und wir versuchen jetzt einfach mal ein paar visitenkarten zu übergeben datenschutzkonforme visitenkartenübergabe wärst du so nett mir deine visitenkarte zu erreichen scarlett christian meine visitenkarte oh vielen dank ah scarlett lüning ist ihr name ich möchte diese visitenkarte nachher in meinem ordnungssystem ablegen was da ist ein halter für visitenkarten sind sie damit einverstanden wie sieht denn zwar mit dem datenschutz aus ja das ist kein problem ich habe eine datenschutzerklärung mitgebracht die gebe ich ihnen hier an dieser stelle aber sie sind einverstanden dass ich die visitenkarte ablege gut sehr gut sie haben eine datenschutzerklärung darf ich ihnen meine visitenkarte überreicht doch ich bin im übrigen damit einverstanden dass sie diese in ihrem ordnungssystem ablegen dankeschön das geht allerdings nicht ohne weiteres wie sie wissen ja dann kriegen sie auch meine datenschutzerklärung vielen dank und die stecke ich dann hier rein vielen dank für ihre datenschutzerklärung vielen dank für ihre visitenkarte und ich wünsche noch einen schönen tag das war die übergabe von visitenkarten doch das ist ja noch verhältnismäßig simpel jetzt wird viel schlimmer selfies auf denen hinten jemand zu sehen ist oder noch ganz kompliziert ich möchte einfach jemand knipsen und der ist sogar damit einverstanden fangen wir mal damit an scarlett wärst du damit einverstanden dass ich ein foto von dir machen aber klar doch so ist es hervorragend geworden schaust dir einmal an aber 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 ich kann dich so leider nicht gehen lassen ich muss hier nämlich noch meine datenschutzerklärung mitgeben denn ohne datenschutzerklärung hätte ich dieses foto gar nicht anfertigen dürfen bitteschön hier meine 27 seiten datenschutzerklärung und dieses foto ist für den abdruck in einer zeitung gedacht und weiß du hast übrigens das recht ist jederzeit löschen zu lassen das ist interessant das wird mich für die komplizierte situation stellen dass wenn ich das erstmal in der naja zeitung ist schon wieder schwierig auf der internetseite habe ich es dann auch wieder löschen lassen muss das könnte schwierig werden also danke für deine einwilligung die kannst du aber nachher über datenschutz wieder wieder rufen also ziemlich strange situation auf jeden fall naja und dann gibt es noch die situation dass jemand bei uns zum beispiel in der kanzlei anruft ohne dass er vorher mit uns in kontakt stand ruft mich doch mal bitte an skalet es klingelt rechts einmal sollmecke von der kanzlei wilde beuger sollmecke was kann ich für sie tun guten tag ich hätte gerne ein halt bitte reden sie nicht weiter ich muss ihnen leider erst bevor ich jetzt weiter was von ihnen erfahre ihr die datenschutzerklärung vorlesen das sind 27 seiten machen sie sich auf einen 90 minütigen vortrag gespannt denn selbst wenn ich jetzt ihren namen aufschreibe sie sagten gerade lüning ich habe gespeichert aber noch nicht in einem ordnungssystem niedergeschrieben scarlett lüning da ist es schon passiert nein ich muss sie vorher noch belehren sie haben eine das recht eine bestätigung von mir darüber zu verlangen ob personenbezogene daten die sie betreffen von uns verarbeitet werden eine solche verarbeitung liegt vor und sie können folgende auskunft verlangen sie können verlangen den zweck zu den personenbezogenen daten verarbeitet werden die kategorien von personenbezogenen daten die wir verarbeiten die empfänger beziehungsweise die kategorien von empfängern gegen die sie die betreffenden personen offen gelegt wurden oder noch offen gelegt werden sie können die geplante dauer der speicherung der sie betreffenden personen daten oder falls konkret angaben hier nicht möglich sind kriterien für die festlegung der speicherdauer das bestehen eines rechts auf berichtung der sie betreffenden personenbezogenen daten eines rechts auf einschränkung der verarbeitung das bestehen eines beschwerderechts bei einer aufsichtbehörde alle verfügbaren über die herkunft das bestehen einer automatisierten haben sie das alles verstanden auf jeden fall dann danke ich ihnen erst mal recht herzlich dass sie noch nicht aufgelegt haben da ich allerdings nachweisen muss dass sie uns dass sie diese daten erhalten haben würde ich ihnen gerne das ganze auch noch mal per e mail übersenden so dass sie das auch noch mal in dokumentarischer form haben jetzt noch mal die abschließende frage möchten sie wirklich mandantin bei uns werden das muss ich mir glaube ich noch überlegen auf wiedersehen und beim nächsten telefonat muss ich ihnen dann leider allerdings diese informationen noch einmal vorlesen danke fürs anrufen okay auf wiederhören was ihr seht es ist absurd wenn man die regeln des rechts wirklich ernsthaft mal betrachten will dann wird es künftig zu solchen situationen kommen und da muss man sagen bleibt es doch eigentlich nichts anderes übrig als den menschen zu raten an den stellen müsst ihr das recht brechen kann ja wohl nicht wahr sein dass meine friseurin mir eine 27-seitige datenschutzerklärung vorliest bevor sie meinen namen personenbezogenes datum in ihr ordnungssystem nämlich den kalender übernimmt irre oder unfassbar da überlegt man sich aber noch irgendwo anrufen möchte da überlegt man sich irgendwo anrufen aber zum lück die leute halten sich nicht alle dran wir wollen nicht dazu aufrufen in irgendeiner weise geltendes datenschutzrecht zu brechen auf keinen fall aber es ist schon krass was da auf uns zurollt es ist nicht lebensnah insofern danke dir dass du dieses kleine spielchen mitgespielt hast dann also das war wie gesagt ziemlich zu beginn des in kraft redens der dsgv wir haben es überstanden und ja das ist natürlich überspitzt formuliert aber auf der anderen seite diese auswirkungen kommt darauf an wie ernst die genommen werden meine meine großmutter lebte in einem pflegeheim und die hatten da so an den an den türen namensschilder mit fotos und als dann die dsgv in kraft getreten ist musste ich tatsächlich unterschreiben mit datenschutzerklärung dass das eben erlaubt ist das foto an der tür zu befestigen wie in aus dem video auch herausgeht wenn immer so heiß gegessen werden würde wie gekocht wird dann würde das natürlich auch viele business interaktionen verunmöglichen aber warum kommt es überhaupt zu dieser situation zum einen muss man sagen alles was sie in dem video sehen diese verpflichtungen die übergabe der datenschutzerklärung wenn man ein selfe mit jemandem macht das bezieht sich alles überhaupt nicht auf den privaten bereich sondern auf geschäftliche interaktionen das heißt der geltungsbereich der dsgv erstreckt sich auf alle geschäftlichen beziehungen das heißt jetzt aber natürlich nicht dass sie ein riesiges unternehmen sein müssen das betrifft unternehmen jeglicher größe aber eben nicht nur unternehmen wenn sie beispielsweise eine webseite betreiben ein blog oder was auch immer und auf dieser webseite werbung schalten oder wenn sie selbst wenn sie produktproben erhalten wenn sie in irgendeiner art und weise einen wirtschaftlichen vorteil aus dem betrieb dieser webseite ziehen dann wird das als geschäftliches angebot klassifiziert selbst wenn es nur ein paar euro im monat sind und eine nebentätigkeit und damit sind sie von den verpflichtungen der dsgvo voll inhaltlich erfasst aber wie schauen diese verpflichtungen nun im detail aus wie gesagt die grundidee war datenschutz auf die ebene eines menschenrechts zu heben im jahr 2012 begannen innerhalb der gesetzgebenden organe der europäischen union die diskussionen über das datenschutzrecht und vier jahre später im märz 2016 gab es dann die erste offizielle fassung dieses gesetzeswerks das ist ein sehr umfangreicher gesetzestext denn können sie auch im gut sortierten einschlägigen buchhandel erwerben am 25 mai 2018 also vor mittlerweile etwas mehr als fünf jahren war der stichtag für die anwendbarkeit was bedeutet das europäisches recht wird in der in brüssel beschlossen und dann haben im normalfall sind das zwei jahre die nationalen gesetzgeber in österreich eben das parlament zeit diese eu-vorgaben in nationales recht umzuwandeln wenn das nicht passieren würde also wenn ein land diese frist versäumt dann würde das ursprüngliche gesetzeswerk automatisch in geltung gehen die europäischen mitgliedsstaaten haben aber alle ihre nationalen fassungen beschlossen österreich hat sich da besonders hervorgetan nebenbei bemerkt weil in letzter minute in letzter sekunde das war damals noch unter der fb fb-regierung einige ausnahmen eingefügt wurden zum beispiel sind in österreich journalisten das ist auch in einigen anderen ländern so kulturschaffende aber auch ämter und behörden von der dsgv ausgenommen eine sehr fragwürdige entscheidung es war sozusagen der erste schritt und schon damals war relativ klar dass die dsgv nicht der weisheit letzter schluss sein wird sondern dass es da auch noch einige zusatzbestimmungen brauchen würde aber die dsgv ist eben das grundlagenwerk und sie ersetzt zum einen die bisher geltende eu datenschutz richtlinie aber auch sämtliche nationalen richtlinien das heißt das ist ein standard wo es einfach darum ging den umgang mit daten den datenschutz auf europäischer ebene zu vereinheitlichen dass die anerkennung des datenschutzes als grundrecht steht im zentrum und es geht natürlich vor allem um den schutz personenbezogener daten personen die also daten die bestimmten personen zugeordnet werden können wie sie es vorher im video gehört haben das kann der name sein eine e mail adresse eine wohnadresse und innerhalb dieser personenbezogenen daten gibt es nochmals besonders schutzwürdige daten das wären beispielsweise ihre medizinischen behandlungsdaten religionszugehörigkeit und so weiter die gelten noch mal als besonders sensible daten was sagt die dsgv nun das grundprinzip besteht darin dass die dsgv im kern sagt es ist verboten daten zu speichern das mag ihnen jetzt etwas skurril vorkommen möglicherweise immerhin beruhen unsere digitalen medizin auf der datenspeicherung unter anderem da kommt aber ein aber um die ecke beziehungsweise ein außer die dsgv sagt es ist verboten daten zu speichern außer und dann definiert sie eine reihe von ausnahmen situationen in denen es erlaubt ist daten zu speichern aber nur für einen bestimmten zeitraum unter ganz bestimmten bedingungen und vor allem auch benibel genau dokumentiert es muss für den kunden die kundin völlig transparent sein was mit seinen ihren daten passiert wie lange die erhalten bleiben und ebenfalls im video angesprochen eines der prinzipien besteht eben darin dass sie in der lage sein müssen selbst wenn sie irgendwann mal irgendjemandem die erlaubnis gegeben haben ihre daten zu speichern eine vollständige entweder korrigierung oder auch löschung dieser daten anfordern können müssen es gibt einige rechtliche bestimmungen die ansicht diesem datenspeicherverbot entgegenstehen zum beispiel aus dem wirtschafts- bzw finanzrecht sind sie als unternehmen verpflichtet sämtliche das hat steuerrechtliche gründe sämtliche rechnungen belege transaktionsdaten sieben jahre lang aufzubewahren wenn es da anderweitige anderweitige sozusagen gesetzliche bestimmungen gibt dann overrulen die ddsgvo das sind aber sehr wenige jetzt kann man natürlich ein gesetz verabschieden das sehr streng ist wenn es keine entsprechenden strafen gibt dann erweist sich das in der regel als relativ zahnlos und genau deshalb hat der gesetzgeber absurd geradezu absurd hohe maximalstrafen vorgesehen die können bis hin zu einigen prozent des jahres umsatzes eines unternehmens gehen und sollten in ihrer drakonischen höhe eben die umsetzung ja ich sag mal fördern was diese konkrete umsetzung betrifft ich habe das damals sehr genau live verfolgt weil ich eine webseite betrieben habe und ich musste dann also ein kommerzielles blog eine unternehmenswebsite und ich musste dann diese wordpress seite entsprechend den dsgvo vorgaben anpassen da können eine menge dinge dazu zum beispiel muss jede kommerzielle webseite eine datenschutzerklärung anbieten dieser datenschutzerklärung muss sehr detailliert und genau beschrieben werden welche daten wann wie gespeichert werden was da drin steht ist relativ individuell weil es komplett von der jeweiligen webseite abhängt haben sie beispielsweise ein login können personen wie bei einem blog üblich kommentare verfassen kann man sich als webseiten betreiber aussuchen ob ob man sich registrieren muss vom verfassen von kommentaren aber auch wenn man sich nicht registriert hinterlassen möglicherweise leute die e mail adresse wie kann man sicherstellen dass sie die später wieder verändern können beim login braucht es eine checkbox mit der man sich einverstanden erklärt dass diese daten gespeichert werden und so weiter und so weiter und wenn dann noch dritt services eingebaut sind zum beispiel google analytics oder wenn sie inhalte von twitter oder social media plattformen einbinden dann kommt es auch zu einem datenaustausch mit diesen drittwebseiten das muss ebenfalls alles ganz benibel aufgeschlüsselt werden kurz gesagt das ist nichts mittlerweile ist das recht etabliert und es gibt viele dienstleister die darauf spezialisiert haben aber das ist im großen und ganzen nichts was sie so nebenbei auf einer liftfahrt erledigen und wenn ich das mal so sagen darf ich glaube sehr viele consultants und und rechtsberater haben auf jeden fall sehr stark von der dsg froh profitiert weil wie gesagt letztendlich alle unternehmen verpflichtet waren nicht nur ihre webseiten sondern eben ihre entsprechenden datenspeicher prozesse anzupassen grundsätzlich verlangt die dsg froh dass daten speich datenschutz bereits das prinzip nennt sich privacy by design bereits in der konzeption neuer services mit bedacht werden soll und wie schon erwähnt man hat sich hier für das markt ort prinzip entschieden das heißt die bestimmungen gelten für jeden dass seine produkte und services innerhalb der eu anbietet das unternehmen muss nicht notwendigerweise seinen firmensitz hier haben es ist auch keine änderung möglich sie können die die bestimmungen nicht beispielsweise durch agbs overrulen wenn sich jemand registriert auf einer webseite und sie schreiben in den bedingungen rein ich erkläre mich einverstanden dass meine daten nicht gemäß der dsg froh behandelt werden das ist gesetzlich schlichtweg nicht möglich das heißt man hat hier wirklich konsequent ein relativ striktes system geschaffen es geht nicht per se um digitale daten wobei die natürlich den größten anteil haben personenbezogene daten deren schutz hier im zentrum steht sind informationen die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche person beziehen das kann wie gesagt alles sein was mit unseren eigenschaften körperlicher natur aber auch sonstigen attributen zu tun hat von name wohnadresse telefonnummer und so weiter dazu gehören aber auch online kennungen beispielsweise gab es einige gerichtsentscheidungen wenn sie sich im internet bewegen und auf eine internetseite zugreifen dann läuft läuft dahinter ein technischer prozess ab bei dem ip adressen übermittelt werden jedes gerät das im internet ist mein computer jetzt genauso wie ihrer hat eine ip adresse anhand dieser adressen sehr simplifiziert ausgedrückt kommunizieren computer miteinander und sie könnten überhaupt nichts dass man ausschalten kann sie könnten keine webseite aufrufen ohne ihre eigene adresse zu übermitteln jetzt ist es so wenn sie einen provider haben 2023 bei den meisten providers und smartphone nicht unbedingt aber reden wir mal von den festen als anschlüssen dass sie eine fixe e mail adresse tschuldigung eine fixe ip adresse vom provider zugewiesen bekommen das heißt die kann sich zwar mal ändern aber ist über einen langen zeitraum gleich personen von außen wissen jetzt nicht wenn sie beispielsweise auf der orf zugreifen dann sieht unter anführungszeichen der orf server ihre ip adresse aber der orf kann jetzt nicht zuordnen wem diese ip adresse gehört das weiß nur ihr provider wenn sie ihr internet von magenta beziehen dann kann magenta sagen diese ip adresse war zu diesem zeitpunkt diesem kunden zugewiesen das ist übrigens auch ein prinzip mit dem sehr viele leider nicht alle weil es da auch möglichkeiten gibt das technisch zu verschleiern aber mit dem sehr viel online kriminalität aufgeklärt wird speziell im bereich der kinderpornografie weil man eben manchmal anhand dieser ip adressen die personen ausforschen kann die frage ist jetzt aber im zusammenhang mit der dsgvo sind diese ip adressen personenbezogene daten und da haben einige gerichte gesagt ja sicherlich ein grenzfall weil wie gesagt wenn ich jetzt ihre ip adress habe kann ich nicht rausfinden zu welcher person die gehört außer ich bin eben die polizei und kann dann auf auf richterliche anordnung den provider um diese auskunft bitten die ausnahmen von der dsgvo betreffen den privaten und familiären lebensbereich das heißt es geht tatsächlich nur um geschäftliche tätigkeiten was ist datenverarbeitung nach der rechtsdefinition handelt es sich dabei um jedes mit oder ohne hilfe automatisierter verfahren ausgeführten vorgang oder vorgangsreihe im zusammenhang mit personenbezogenen personenbezogenen daten das erheben erfassen organisation speichern auslesen abfragen also alles rund um das thema datenerhebung bis hin zur auswertung die erste sache ist wenn daten gespeichert werden dann verlangt die dsgvo eine einwilligung da sind wir bei dieser checkbox die sie ganz häufig anklicken müssen damit sie services überhaupt benutzen bei minderjährigen lässt sich das nicht über eine persönliche einwilligung regeln je nach land zu unterschiedlichen alters sind da die erziehungsberechtigten für die entsprechende informierte einwilligung wie die juristen sagen zuständig wenn irgendein unternehmen sei es jetzt ein blog oder eine online community oder ihr friseur ihre daten speichert dann muss dieses unternehmen und dafür ist die datenschutzerklärung da sehr genau dokumentieren was denn da passiert wie lange ihre daten gespeichert werden was die damit machen und sie müssen jederzeit wie gesagt das recht haben diese daten ihre eigenen daten einzusehen zu verändern und löschen zu lassen die vorhin bereits angesprochenen bußgelder können bis zu 20 millionen euro umfassen bisher war allerdings weitgehend die praxis in europäischen union und wir haben jetzt doch schon einige jahre mit der dsgvo in kraft hinter uns bisher war die die praxis dass es zuerst eher zu abmahnungen kommt auf die dann reagiert werden kann und nicht sofort zu hohen strafen diese rechte auf der seite des benutzers betreffen also das informationsrecht auskunfts und widerspruch recht das recht auf berichtigung und löschung und auch das recht auf datenübertragbarkeit das ist der grund warum sie bei allen plattformen ob das jetzt facebook ist oder twitter oder linkedin in der lage sein müssen das ist keine nettigkeit dieser anbieter sondern gesetzliche vorgabe ihre eigenen daten herunterzuladen also das archiv ihrer daten da das dürfen ihnen die plattformen nicht vorenthalten die datenschutzerklärung sollte und wenn sie sich manche ausführlichen datenschutzerklärungen vorlesen sich selber die frage stellen inwieweit dieses versprechen eingelöst wird die müssen klar verständlich und transparent formuliert sein und datenlöschung ist zwangsweise vorgeschrieben sobald eine speicherung aus fachlichen gründen nicht mehr notwendig ist und das sind natürlich dinge wo man darüber diskutieren kann wo juristen dann auch sehr lange darüber streiten können wenn sie sich mal bei einem online store registriert haben und dort einmalig etwas gekauft wie lange könnte es sein dass sie sich in drei jahren wieder einloggen wollen was ist da beispielsweise ein angemessener zeitraum in jedem fall muss ihnen das dort die möglichkeit einräumen ihr konto jederzeit zwischenzeitlich löschen zu dürfen es gibt dann auch eine reihe von verboten profiling hat mehrere bedeutungen sie kennen es vielleicht aus krimi oder fernsehserien man bezeichnet mit profiling aber auch die automatisierte verarbeitung personenbezogener daten um daraus bestimmte vorlieben interessen aufenthaltsorte zu analysieren oder vorherzusagen da würden auch beispielsweise solche das zusammenführen von konsum und versicherungsdaten beispielsweise rein führen und diese art von profiling und das sagt die dsgvo grundsätzlich soweit eine ausschließlich automatisch erfolgende verarbeitung personenbezogener daten erfolgt und diese verarbeitung rechtliche oder ähnliche wirkung für den betroffenen entfaltet das heißt dieses szenario das ich ihnen eingangs geschittert geschildert habe das verbietet die dsgvo sozusagen ganz explizit ein ein griffiger begriff der im zusammenhang mit der dsgvo oft genannt wurde und dem sich letztendlich auch google beugen müsste könnte man sagen ist das sogenannte recht auf vergessen da geht es eben um die umsetzung der löschung von daten sollten oder sollte sich im nachhinein herausstellen herausstellen dass daten und so in unzulässiger weise weitergegeben wurden dann muss die löschung in jedem fall durchgesetzt werden löschungsanfragen müssen angenommen werden das heißt man braucht geeignete technische und organisatorische maßnahmen ab einer bestimmten unternehmensgröße in österreich sind das glaube ich 15 mitarbeiter ist es auch zwangsweise vorgeschrieben einen datenschutzbeauftragten im unternehmen zu haben muss dann einen kurs besuchen und das unternehmen muss ein verzeichnis sämtlicher daten verarbeitender tätigkeiten anlegen damit das auch sozusagen jederzeit überprüfbar ist der letzte punkt der auch häufig probleme bereitet wenn es zu hacks kommt wenn unternehmens daten kompromittiert werden wenn es hackern gelingt daten zu stellen dann sind die unternehmen verpflichtet dies den betroffenen kunden innerhalb von 72 stunden zu melden unabhängig davon ob das ausmaß des schadens zu dem zeitpunkt völlig klar ist was bei vielen hacks tatsächlich nicht der fall ist das heißt diese benachrichtigungspflicht kann auch nicht umgangen werden es soll damit verhindert werden dass hacks oder datenverluste unter den tisch gekommen gekehrt werden können sie sehen also insgesamt nimmt die datenschutz grundverordnung die anbieter die unternehmen sehr sehr stark in die pflicht unabhängig von der unternehmensgröße um für die nutzerinnen höheren schutz zu erreichen und um vor allem diesen daten missbrauch zu verunmöglichen im zweifelsfall wie gesagt ich glaube das video von von christian solmecke hat jetzt zwar bereits einige jahre am buckel ist aber trotzdem eines einer meiner lieblings clips weil er eben genau diese zwei seiten sehr gut zusammenfasst als die dsgvo damals verabschiedet wurde beziehungsweise ihr nationales recht umgesetzt wurde gab es sehr viele negative stimmen auf der einen seite ich glaube es herrscht schon konsens darüber dass in einer digitalen welt datenschutz sehr wichtig ist auf der anderen seite gab es eben die sicherlich auch nicht völlig unberechtigte befürchtung dass die europäische union sich damit wirtschaftlich ins hintertreffen bringen könnte tatsächlich gibt es einige anbieter unter anderem darunter leider meine meine eine meiner lieblings amerikanischen rezeptseiten die diese dsgvo pflicht nicht umgesetzt haben und wenn sie diese seite aufrufen aus europa dann bekommen sie die meldung dass diese seite bedauerlicherweise nicht aus diesem land aufrufbar ist das könnte man jetzt mit hpns und so weiter umgehen aber das ist eine auswirkung das ist aber nur eine minimale anzahl von anbietern microsoft hat sich als das erste große internationale unternehmen dazu bekannt die bestimmungen der dsgvo weltweit umzusetzen und einzuhalten also nicht nur bei den produkten in europa angeboten werden in ideologischer hinsicht kann man durchaus sagen dass die europäische union hier eine vorreiterrolle eingenommen hat und auch quasi eine kräftige position eingenommen gegenüber den großen anbietern und auch sozusagen zu kommunizieren ihr könnt hier nicht tun was ihr wollt das ist kein wilder westen wir geben euch bestimmte rahmenbedingungen vor und wie gesagt dass die daten in den usa gespeichert werden ist natürlich auch nicht unbedingt hilfreich und das ist auch ein anderes komplexes thema damit diese datenspeicherung in den usa überhaupt erlaubt ist gab es ein in rechtlicher und technischer hinsicht mehrfach dubioses abkommen das sogenannte privacy shield das mittlerweile außer kraft gesetzt ist im wesentlichen verpflichten sich die us amerikanischen anbieter darin daten die auf us-servern gespeichert werden mit der gleichen sorgfalt nach den gleichen richtlinien zu speichern wie sie dies in europa tun würden das problem dabei können sie vielleicht schon ahnen besteht ganz simpel darin dass es nicht möglich ist das wirklich stichhaltig zu überprüfen und weil dieses privacy schild zumindest meiner einschätzung nach eine art krücke war um das ganze überhaupt quasi rechtlich weiter zu ermöglichen gibt es da jetzt einige nachfolgebestimmungen eine davon ist dieses angesprochene oder die sehr angesprochene dsa digital services act das ist eine offizielle seite der europäischen union die dokumentieren ja sehr umfangreich was sie hier tun dieser 30 sekunden clip ich spiele nur kurz an der erklärt sozusagen kurz worum es der europäischen union hier geht empowering user transparenz und so weiter nicht sehr substanziell was bedeutet das ganze im detail von der idee her der digital services act und der digital market act zweiterer bezieht sich auf e-commerce form a single set of rules that apply across the whole european union they have two main goals to create a safer digital space in which the fundamental rights of all users of digital services are protected und zweitens to establish a level playing field to foster innovation growth and competitiveness both in the european single market and globally das heißt da gab es offenbar ganz stark die wahrnehmung dass die dsgvo nicht ausreicht um diese großen anbieter zu den nach einschätzung der europäischen union notwendigen maßnahmen zu verpflichten oder so zu zwingen und deshalb eben dieses neue gesetzes werk es geht dabei ganz spezifisch um vier arten von anbietern die very large online platforms und die sind nach definition da geht es darum wie viel prozent der bevölkerung erreicht werden können das ergibt in der gesamten europäischen union eine zahl von 45 millionen auf die man sich geeinigt hat also sprich wenn ein service 45 millionen nutzerinnen oder mehr hat dann fällt das unter die very large online platforms das ist eine überschaubare zahl da gehören eben genau die ganzen großen social media plattformen auch dazu dann gibt es online plattformen das sind die kleineren hosting services reine cloud und web hosting services da würde auch dropbox und so weiter reinfallen und dann gibt es die intermediaries ja intermediaries services das sind alle unternehmen die infrastruktur bereitstellen unter anderem fallen da auch sämtliche internet provider mit rein wie gesagt diese very large online platforms unübertroffen elegant abgekürzt als vlobs das ist eine überschaubare zahl da gibt es auch hier die liste das geht von aliexpress über amazon store app store die üblichen verdächtigen booking.com ist auch so groß und da sind eben auch unsere social services dabei und zwar im detail facebook die google services instagram linkedin pinterest ebenfalls mehr als 45 millionen reichweite in europa snapchat tik tok twitter wikipedia youtube und salando diese 19 großen anbieter die sind am striktesten erfasst von diesen bestimmungen die müssen unter anderem halbjährlich diese angesprochenen berichte abgeben und es sind jetzt zum ersten mal erschienen vor kurzem die die bei den großen suchanbietern auch bei den intermediaries gibt es nur zwei ding und google search die davon betroffen sind aber wie gesagt alle social media networks müssen sich grundsätzlich an diese bestimmungen halten ich werde ihnen das auch verlinkt wenn sie das genauer vergleichen möchten es gibt eben unterschiedliche bestimmungen für diese vier kategorien da sind quasi die dinge die tun müssen und sie sehen bei den very large online platforms die müssen auch unter anderem ihre maßnahmen gegen abusive notices encounter notices offenlegen das entwickelt sich ja teilweise bei manchen themen zum beispiel beim russland ukraine konflikt in vielen social media plattformen zu einer art wie nennt man das kopf an kopf rennen es gibt fake news verhetzerische propaganda die wird gemeldet und dann von den plattformen hoffentlich entfernt worum es hier geht ist der missbrauch dieses mechanismus wenn nämlich trolle oder personen die eben gezielt versuchen die öffentliche meinung zu beeinflussen diesen meldemechanismus nutzen um unliebsame beiträge zu entfernen die aber keine fake news sind sondern die eigentlich vollkommen legale und legitime beiträge darstellen die aber dann sozusagen gezielt gemeldet werden also das geht schon sehr ins detail ist eine relativ umfangreiche liste betrifft auch werbetransparenz und so weiter und wie gesagt jetzt im oktober 2023 mussten die großen plattformen erstmals diese geforderten berichte veröffentlichen das war auch überhaupt das erste mal und diese daten sind das handelt sich um europäisches recht auch tatsächlich nur verfügbar für die einzelnen europäischen länder nicht international man kann vermutlich gewisse rückschlüsse ziehen auf den anteil der aktiven nutzerinnen das ist ja etwas das uns ganz besonders interessiert aber wie gesagt was die europäische union betrifft haben wir jetzt da wirklich deutlich mehr transparenz bekommen apropos transparenz die eu hat sich nicht lumpen lassen und sozusagen zum launch dieses dsa auch eine öffentlich zugängliche datenbank angelegt das ist diese transparency dsa easy europe.eu welcome to the dsa transparency database ist derzeit noch in der beta aber hier wird sozusagen wirklich in echtzeit dokumentiert was auf den plattformen so an moderation vor sich geht ich habe ich klicke jetzt mal hier auf den bereich analytics und da kommt man zu einer übersicht diese statements of reason bedeutet da müssen plattformen dokumentieren warum sie inhalte entfernt haben also quasi statement zum grund der löschung sie sehen insgesamt gab es 168 millionen solcher statements sie haben hier auch statistiken zu den aktivsten plattformen einen zeitlichen verlauf weiß nicht was da am 18 10 passiert ist offenbar eine besonders ausgeprägte trollwelle können sich diese daten auch tagesaktiv tagesaktuell ansehen das heißt sie haben hierzu den einzelnen tagen das geht ja gestern ist eben schon verfügbar der 8 november da können sie sich jeweils diese datendams herunterladen und haben dann eine wenn sie das im detail interessiert ich könnte mir vorstellen dass diese daten auch für viele forschungsarbeiten sehr sehr interessant sein können und haben dann eben eine relativ genaue übersicht über die einzelnen vorgänge man kann hier auch filtern nach plattformen sehen bei zalando tut sich relativ wenig bei google shopping ist sehr viel los nach kategorien aber auch nach den restrictions also gründe für die entfernung finanzielle gründe also sehr viel transparenz für forschende marketer auf jeden fall interessant in wie weit das den nutzerinnen selber hilft ist eine frage aber die grundidee ist natürlich dass diese plattformen nicht mehr sagen können ja wir kümmern uns im hintergrund um unsere moderation wir machen das schon sondern dass sie tatsächlich sozusagen proaktiv schritt für schritt dokumentieren müssen zumindest innerhalb der eu jetzt ist natürlich eine solche vorgehensweise oder birgt grundsätzlich eine ähnliche problematik wie die dsgv oers ganzes sie könnte im schlimmsten fall europa als marktplatz als digitalen marktplatz unattraktiv oder zumindest unattraktiv fair machen das ist immer eine sache die man abwiegen muss und wie gesagt das ist einer der mitgründe warum threats in europa nicht verfügbar ist jetzt ein ganz aktuelles video dazu das möchte ich kurz anspielen vielleicht kennen sie prügel oder bräugel ich bin mir nicht sicher habe ich wahrscheinlich spricht man als bräugel geschrieben das ist ein europäischer think tank die sitzen in brüssel und sind erstaunlich im gegensatz zu den meisten amerikanischen think tanks nicht einer politischen ideologie zugeordnet sondern werden von allen eu-mitgliedsländern finanziert und denken eben über unterschiedliche theme nach unter anderem klassischerweise auch über den marktplatz und hier gibt einer der fellows eben von diesem von diesem think tank ein interview zum thema digital services act was das denn möglicherweise für probleme oder nachteile mit sich bringen könnte vier vier beziehungsweise in europa ich würde mich auf die opposite statement das ist ein sette regulationen das wirklich ground breaking worldwide nobody else has done this and it's done in a creative and i think pretty sensible way so no i wouldn't say that we're late if anything we're a little early in a time when you have the ira out of the united states as well and you're trying to get more investment into tech in europe uh the uk also trying to make itself a hub for technological advancements of any sort uh does this bode in any way positively or negatively then for europe there are some risks in all of european regulation of digital tech platforms uh if you look at gdpr a number of papers suggest that it's been negative for innovation uh the artificial intelligence act also carries some risks and this one could as well so there are trade-offs to be made there are always trade-offs to be made uh uh here the the trade-off was that uh in terms of protecting european consumers and also in terms of protecting european society from risks to elections risks to public health risks from lots of different kinds of misinformation and disinformation that it was warranted to take action now good to see you today look the dsa has five basic tenets illegal products illegal content protection of children uh racial and gender diversity and ban on dark patterns as well all of the big u.s techs who's the most threatened by this uh i would say by a by a wide margin the uh the biggest threat is likely to be twitter um some of the large platforms like uh google youtube have generally very mature and nuanced processes for monitoring content uh twitter is likely to have problems not only because their their standards are a bit looser but more importantly because they may not have the physical capacity to do the kind of monitoring that's going to be called for at the point when elon musk bought the company they had about 7 500 employees today it's about 1 500 one has partly that's due to people being canned and partly they quit but one has to assume when that many people walk out the door a lot of institutional knowledge walks out the door with them so i i would say that they probably are at greater risk some companies will be at greater risk than others and some less risk just in the nature of their business models uh among those 19 companies are companies like booking.com and wikipedia which have very different business models and uh probably relative to content moderation uh different aspects different issues i mean there's a lot of headlines wasn't it i think scott it was what november last year where uh they actually shut their brussels office over at twitter i say formerly known as twitter x now isn't it but in terms of as you point out the notoriously libertarian mr musk as well this is going to be a massive threat to him and his team actually growing their revenues if if they're in loggerheads almost immediately i'd imagine on dsa with the europeans as well it's going to be a real struggle for them to to uh be libertarian and conform with dsa isn't it oh well this is exactly my thought now mr musk seems to have as you say a very libertarian view some americans look at freedom of expression really almost as if it were a religious principle but that represents a misunderstanding both of america's constitution and also of the the jurisprudence out of the supreme court a very important decision years ago justice kennedy explained that freedom of speech was never absolute there are always limitations for defamation for fraud for imminent incitement crime we like to say you your freedom of speech doesn't extend to the right to yell fire in a crowded theater i think this interview brings the spannungs field very well on the point ilo musk has already been often positioned as a rector of my freedom of freedom I have a few reports that have seen tendenziell from libertarian to the right to the US media that the dsa kommentiert haben mit europa zensiert das internet ich denke das ist eine wenig angemessene einschätzung im prinzip geht es um transparenz und um dokumentation und natürlich eben auch darum und deswegen sagt der interviewpartner hier ja auch dass seiner meinung nach twitter am meisten gefährdet ist um die verpflichtung der unternehmen dies dieser moderation nachzukommen wie gesagt auch in den usa in dem erwähnten zitat von kennedy ein kein unbekannter gedanke dass die redefreiheit natürlich niemals absolut sein kann wir haben in europa sicherlich in einigen ländern ganz besonders zumal in deutschland und österreich mit dem spezifika des wiederbetätigungsverbots einige spezifische regelungen natürlich auch berücksichtigt werden müssen wenn plattformen das nicht tun da sind wir wieder beim thema risiko was ist denn dann die konsequenz wiederum sehr hohe strafen die letztendlich auch wenn eine plattform dieser verpflichtung nicht nachkommt einen geschäftsbetrieb innerhalb der eu möglicherweise völlig in attraktiv machen könnten was heißt das jetzt für uns in der praxis ich habe diese berichte schon mehrmals angesprochen ich habe da jetzt ein paar beispiele rausgesucht nämlich von drei plattformen ganz konkret hier linkedin die stellen die daten im als csv und als pdf zur verfügung das läuft über die hilfe und wenn man sich das jetzt anschaut das ist dieser digital service act also linkedin gehört auch zu den großen anbietern der jetzt verpflichtend im oktober 2023 veröffentlicht werden musste also ganz virtuell druckfrisch sozusagen was finden wir da zuerst mal eine introduction das sind zahlen die mich sehr interessiert haben habe ich auch vor kurzem drüber gepostet sie sehen hier die eu overall 102 ich hoffe man kann es am bildschirm ich mache es etwas größer 132 millionen und 500.000 mitglieder also registrierte mitglieder und monthly average log in active users 45,2 millionen also gerade mal die 45 die notwendig sind und zu den großen zu gehören ach tschuldigung das sind die monatlichen locked out visits aber hier haben sie eben die aktiven nutzer in österreich für österreich weist linkedin so um die zwei millionen aktive accounts auf 700.000 waren eingeloggt das sind schon mal sehr interessante zahlen und darunter geht es dann eben ganz konkret um die aktivitäten bei der content moderation linkedin erklärt hier den prozess wie überhaupt postings gemeldet werden können dann folgt eine beschreibung über das content moderation team auch hier diese informationen sind verpflichtend zu veröffentlichen wie viele moderatoren gibt es in den jeweiligen landessprachen also für tschechen dänen und schweden und rumänien sieht es da momentan nicht so gut aus aber linkedin beschreibt da eben auch dass in diesen ländern automatisierte übersetzung services zum einsatz kommen und dann gibt es hier eine statistische übersicht über die einzelnen vorfälle moderations vorfälle beziehungsweise entfernte accounts also die jeweiligen gründe account wurde gehackt misinformation hateful speech threats or violence und jeweils die zahl der vorfälle und in dieser transparenz datenbank die ich ihnen vorher gezeigt habe könnte man dann auch noch sich jeden einzelnen fall im detail anschauen also ich glaube ganz schön viel organisationsaufwand aber natürlich mit dem ziel das ganze hier transparenter zu machen da gibt es auch noch mal eine genauere aufschlüsselung welche rechtswidrigen verhetzenden inhalte automatisiert entdeckt wurden welche händisch gemeldet wurden und so weiter also jede menge material für zahlen fans und da am ende gibt es dann auch noch eine geschätzte fehlerrate in den einzelnen sprachen für die verschiedenen systeme in sechs monaten wird linkedin dann den nächsten diesbezüglichen bericht veröffentlichen müssen da kann man auch vergleichen hier government request to remove content da haben wir zumindest im fall von linkedin in allen europäischen ländern eine null was ich ihnen hier noch zeigen wollte das finde ich ganz interessant government request to provide account information by member state da haben wir auch fast überall null also hier zum staatliche anfragen über informationen zu accounts in frankreich 43 in deutschland 19 die sind hier die spitzenreiter natürlich gilt diese verpflichtung nicht nur für linkedin ex twitter musste ebenfalls einen solchen bericht veröffentlichen das schaut im fall von ex so aus das ist eine ziemlich lange textwurst mit deutlich weniger zahlen material ganz interessant auch hier die gewählte formulierung der overwhelming majority of content on ex is healthy meaning it does not violate our terms of service and rules or policies such as hateful conduct and so on and so on restrict this is where our new freedom of speech not reach enforcement policy is used for content that may be interpreted as potentially violating our policies meaning it's awful but lawful we restrict the reach of posts by making the content less discoverable and we're making this action more transparent to everyone also anstatt grausliche wenn man es mal örtlich übersetzt inhalte zu löschen werden die weniger ausgespielt bezweifle sehr stark dass twitter mit diesem ansatz durchkommen wird und dann erst als dritte eskalationsstufe gibt es die entfernung von inhalten hier wird dann relativ ausführlich beschrieben wie die moderationsprozesse laufen wie die implementiert sind welche technologien zum einsatz kommen aber interessanter und soweit verpflichtend sozusagen gibt es hier auch eine aufschlüsselung die müssen die plattform mit liefern welche themen also archivierte kategorien abuse and harassment child sexual exploitation nach ländern so 78 entfernungen in österreich 179 in belgien diese zahlen muss twitter hier auch veröffentlichen also auch hier einige tables und zum vergleich auch noch mal die publikation von facebook facebook hat da ein eigenes transparency center eingerichtet schon länger und da gibt es jetzt eben auch den entsprechenden dsa bericht da muss man sich den zeitraum aussuchen da ist jetzt nur april bis september zur verfügung weil das eben wie gesagt die erste ausgabe ist und bei facebook gibt es beziehungsweise bei meta gibt es natürlich beide plattformen zum einen facebook und zum anderen instagram wenn wir uns hier einmal einen blick auf instagram werfen ein klick auf download report wird hier das pdf generiert relativ ausführlich auch mit einer einleitung zur struktur dieses beitrags und dann haben wir hier wieder die number of authority orders auch das durchaus auffällig da geht es wieder um diese informations anfragen von staatlicher seite da hatten wir vier in belgien fünf in frankreich zwei in ungarn und 604 in deutschland ganz spannend 37 in litauen insgesamt 666 eine bemerkenswerte zahl und dann ist das wiederum aufgeschlüsselt nach der art des vergehens eben wieder diese unterschiedlichen kategorien von kindesmissbrauch kinderpornografie harassment drogen promotende inhalte menschenschmuggel und so weiter kann man sich oder möchte man vielleicht meinen 666 vorfälle sind in diesem zeitraum von immerhin sechs monaten vergleichsweise wenig für so große plattformen natürlich sind wir hier auf diese selbst auskünfte angewiesen hier gibt es dann auch noch einige beschreibungen auf instagram die höchst die ja größte form der oder die häufigste der häufigste verstoß auch wenig überraschend sind probleme beziehungsweise inhaltsentfernungen im zusammenhang im weitesten sinn mit intellectual property also copyright beziehungsweise urheberrechtsverletzungen ja das sind also diese berichte die dsa beschert uns die ab sofort von den großen plattformen im halbjährlichen rhythmus das heißt zumindest dass wir wesentlich validere zahlen über die tatsächliche nutzung haben werden und die plattformen sind natürlich stärker in die pflicht genommen ich glaube was die transparenz oder den umgang mit daten insgesamt angeht ist es natürlich ein flickwerk zu dem sehr viele bastelstücke gehören mit der dsgv wurde ein erster sehr ambitionierter und durchaus wichtiger erster schritt gesetzt die dsa oder der dsa direkt setzt diese entwicklung in eine richtung vor die jetzt viel konkreter auf die großen plattformen abzielt denn wie gesagt der unser kleiner waldviertel tischler wird selbst mit seinen kunden da selbst wenn er der böseste tischler im ganzen waldviertel während diese daten unbedingt missbrauchen möchte dann wird er eigentlich einfach aufgrund der relativ geringe menge der daten auch nur begrenzten schaden anrichten können diese großen plattformen mit ihren hunderten millionen von datensätzen macht natürlich durchaus sinn die stärker in die pflicht zu nehmen und wenn man bedenkt dass das thema fake news beziehungsweise verbreitung von information beeinflussen öffentlichen meinung ein sehr sehr relevantes ist dann finde ich das durchaus einen begrüßenswerten schritt finanziell umbringen wird das keine dieser plattformen die machen sehr sehr soliden gewinn tatsächlich wie auch aus dem video hervorgegangen ist twitter könnte wohl am meisten schwierigkeiten haben ich zumindest würde keine zehn euro darauf verwerten dass es twitter in einem jahr noch innerhalb der europäischen union gibt vielleicht ja vielleicht nein vielleicht hat elon musk aber auch ganz was anderes damit vor in diesem sinne danke fürs live dabei sein bei diesem deep dive ins thema datenschutz wir sehen uns nächste woche an dieser stelle ich wünsche ihnen noch einen schönen tag